Hoovering, wenn der Narzisst oder die Narzisstin euch plötzlich wieder will. Hallo liebe Leute, hier ist wieder Steve von Selbstliebe Mindset und heute möchte ich die vierte Phase, die letzte Phase des toxischen Kreislaufs mit insbesondere Narzissten, aber auch Borderlinern und anderen toxischen Menschen erläutern. Hoovering, der Begriff ist sicherlich einigen schon bekannt. Hoovering nennt man die erneute Kontaktaufnahme der toxischen Person nach No Contact. Es ist das sprichwörtliche Einsaugen, das erneute Einsaugen eurer Person. Was es damit genau auf sich hat und welche Gefahren sich da für euch verbergen, das möchte ich heute in diesem Video beschreiben. Nach dem Discard, der dritten Phase des toxischen Kreislaufs, habt ihr sicherlich Tage, Wochen oder sogar Monate nichts von der toxischen Person gehört oder gesehen. Die Person ist regelrecht verschwunden. Nun habt ihr freiwillig oder unfreiwillig Abstand gewonnen. Man könnte sagen, euch geht es jetzt sicher besser. Ihr habt euch nach einer gewissen Trauerphase intensiv mit der vergangenen Beziehung beschäftigt und wart eventuell sogar auf der Suche nach Erklärungen hier auf YouTube, auf meinem Kanal oder generell im Internet und ihr seid vielleicht auch darauf gestoßen, was es denn da auf sich hatte mit dieser seltsamen und euch wirklich völlig verwirrenden Beziehung. Was es damit auf sich hatte. Ihr wart auf der Suche nach Erklärungen, was denn da eigentlich ablief. Nun, jetzt seid ihr vielleicht auch fündig geworden. Das ist natürlich der Optimalfall. Wenn ihr fündig geworden seid, dann habt ihr eine Erklärung für euch. Die wird euch zwar erstmal nicht komplett davon lösen, aber ihr habt dann was, womit ihr arbeiten könnt. Ihr habt dann was, wo ihr greifen könnt. Das ist auch das, was ich in den Kommentaren unter meinen bisherigen Videos zu dem Thema immer wieder lese. Ihr habt euch also so gesehen abgenabelt von dieser Person, von dieser Situation, von dieser ganzen Geschichte. Ihr habt wieder einen klareren Blick bekommen. Ihr habt wieder den Fokus auf euch. Ihr denkt nicht mehr ständig Tag und Nacht über diese Beziehung und über diese Situation nach. Ihr habt im Optimalfall euren Frieden gefunden und ihr blickt nach vorne. Euch geht es wieder gut. Ihr seid optimistisch. Ihr lebt euer Leben. Ihr habt Spaß. Ihr habt Freude. Was könnte da Schlimmes passieren? Und dann nach einer gewissen Zeit, insbesondere dann, wenn ihr gar nicht damit rechnet, dann kommt plötzlich aus dem Nichts eine Nachricht. Eine Nachricht von eurem Ex. Eine Nachricht von eurer Ex. Eine Nachricht von der toxischen Person, mit der ihr dieses schöne Intermezzo in der Vergangenheit hattet. Vielleicht habt ihr sogar auf diese Nachricht gewartet, weil ihr den Glauben nicht aufgegeben habt, dass diese Beziehung, dass diese toxische Beziehung vielleicht bei einer Neuaufnahme doch noch funktionieren könnte. Und ihr habt reflektiert. Ihr habt eure Fehler erkannt. Denn, sind wir mal ehrlich, ihr habt sicher auch Fehler gemacht. Wir alle machen Fehler. Das ist normal. Und jetzt könnte man ja annehmen, wenn wir doch an uns gearbeitet haben, dann hat doch diese toxische Beziehung sicher eine Chance. Also habt ihr euch vielleicht sogar auf diese Nachricht gefreut. Und ihr habt vielleicht lange drauf gewartet. Ihr wart vielleicht in No Contact, um eben genau diesen Moment irgendwann erreichen zu können, dass sich eben Ex meldet. Da muss ich einen kleinen Disclaimer. Ich empfehle ja grundsätzlich No Contact. Allerdings, wenn es sich um eine toxische Beziehung handelt, dann solltet ihr No Contact never ever dafür nutzen, um in Ex wieder Gefühle auszulösen, um ein Vermissen zu erzeugen. Nein, ihr solltet komplett verschwinden. Ihr solltet euer Leben wieder auf die Reihe kriegen. Denn das ist nach so einer Beziehung gar nicht mal so leicht. Und ihr solltet am besten die toxische Person auf allen Kanälen blockieren. Nun gut, gehen wir mal davon aus, das habt ihr nicht getan. Und sind wir mal ehrlich, das ist der häufigste Fall. Leider. Und ihr habt diese Nachricht bekommen. Und ihr werdet da nach zwei, dreimal sehr, sehr freundlichem und total untoxischem, kann man schon fast sagen, hin und her geschreibe. Werdet ihr vielleicht nach einem Treffen gefragt. Und ihr erklärt euch bereit zu diesem Treffen, denn ihr denkt, ja, okay, ich habe ja auch noch ein paar Fragen. Und irgendwie würde ich die ja schon gerne geklärt haben. Also, ja, was ist denn schon dabei? Ich kann mich ja nach dem Treffen wieder zurückziehen, wenn ich merke, dass es mir nicht gut tut. So, und dann trefft ihr euch und ihr freut euch natürlich riesig. Ihr seht endlich diese Person wieder, die euch zwar in der Vergangenheit total scheiße behandelt hat, aber hey, was soll's, ihr habt diese Person ja geliebt. Also, ihr freut euch, ihr freut euch riesig. Und ihr geht zum Beispiel eine Runde spazieren. Und ihr merkt plötzlich, dass euer Ex, eure Ex, diese toxische Person plötzlich sehr reuevoll ist. Plötzlich erhaltet ihr Entschuldigungen für gewisse Verhaltensweisen. Es wird Besserung gelobt. Eventuell sagt die Person sogar, dass sie sich jetzt in Therapie befindet und wirklich alles daran setzt, diese Fehler, die sie in der Vergangenheit gemacht hat, nun aufzuarbeiten. Und sie möchte ja ein besserer Mensch werden. Und ihr denkt einfach nur, wow, sie hat es endlich begriffen. Er hat es endlich gerafft. Sie leidet wirklich darunter. Er bereut seine Fehler wirklich. Nun, meine Lieben, glaubt diesem Schein nicht. Denn das hat einen Zweck. Diese ganze reuevolle Tuerei und Rederei und was euch da alles gesagt wird, das hat nur einen bestimmten Zweck. Treue Hörer meines Kanals wissen natürlich auch schon, welchen Zweck es hat. Aber wir wollen ja mal nicht spoilern. So, nun ist dieses erste Treffen nach No-Contact vorbei und ihr fühlt euch grandios. Ihr findet es noch etwas seltsam, weil ihr habt euch jetzt lange nicht gesehen. Ihr habt lange nichts voneinander gehört. Und jetzt so schnell ein Treffen und jetzt war das Treffen auch noch so unkompliziert. Und es war schön. Ihr freut euch. Ihr habt die Person wieder gesehen. Ihr habt euch vielleicht zum Abschied auch umarmt. Und ihr habt wieder diese Nähe gespürt. Ihr habt wieder dieses Gefühl gehabt, das ihr jetzt so lange vermisst habt. Und dann geht ihr nach Hause und ihr denkt drüber nach. Und euch ist das Ganze noch ein bisschen, euch kommt das irgendwie noch ein bisschen spanisch vor. Hat sie jetzt wirklich daraus gelernt? Bereut sie das wirklich? Ich meine, wow, das ist ja schön. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit eigentlich wollte. Und damit, meine Lieben, ist der Grundstein für den Abgrund schon gelegt. Denn die Gefahr ist, ihr denkt jetzt nun, ihr bekommt diese schönen Momente aus der Vergangenheit, aus der anfänglichen Lovebombing-Phase. Weil wir Menschen sind ja wunderbar darin, die schlechten Verhaltensweisen auszublenden. Und wir erinnern uns natürlich vor allem an die schönen Momente. Und die riesengroße Gefahr ist, dass ihr jetzt glaubt, nach dieser reuvollen Entschuldigung, ihr könntet diese schönen Momente mit dieser Person wiederhaben. Diese Momente, die ihr potenziell so sehr vermisst habt. Deswegen lasst ihr euch im Zweifelsfall, wenn ihr noch nicht weit genug an euch gearbeitet habt und No Contact potenziell nicht lang genug war, lasst ihr euch trotz besseren Wissens wieder darauf ein. Und ja, jetzt beginnt eine neue Lovebombing-Phase. Ihr bekommt diese schönen Momente wieder. Vielleicht sind sie sogar noch schöner wie das letzte Mal. Jetzt sogar noch mehr. Habt ihr euch in der Vergangenheit etwas Bestimmtes gewünscht? Bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Eigenschaft? Jetzt bekommt ihr sie. Plötzlich stellt ihr völlig neue Dinge und Interessen an dieser Person fest, die ihr euch in der Vergangenheit immer gewünscht habt. War es euer Wunsch, beispielsweise mit ihr gemeinsam eine Fahrradtour zu machen, aber sie hat immer gesagt, ja, ich mag nicht Fahrradfahren, ich gehe lieber zu Fuß, ich gehe lieber spazieren. Jetzt plötzlich hat sie sich ein Fahrrad gekauft und sie will unbedingt mit euch eine Fahrradtour machen. Sie hat riesengroße Freude plötzlich am Fahrradfahren. Und ihr denkt nur, wow, perfekt, genau das wollte ich doch die ganze Zeit. Und ihr werdet natürlich auch eine Fahrradtour machen. Also das ist jetzt ein plakatives Beispiel. Einfach nur, damit ihr was zum Greifen habt. Und es wird wunderschön sein. Es wird klasse sein. Ihr seht ihr richtig in den Augen an, wie viel Freude sie hat, wie viel Spaß sie hat. Und ihr denkt, wow, wieso hat sie das in der Vergangenheit nicht einfach zugelassen? Da muss man einfach nochmal sagen, diese Menschen, insbesondere Menschen mit der NPS, der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, das sind leere Hüllen. Die können jede Gestalt annehmen. Die können alles über ihren Körper, kann man quasi sagen, drüber stülpen. Denn sie sind absolut flexibel, wenn es darum geht, eine Gestalt zu mimen, die ihr sehen wollt. Die Fassade, die wird genau darauf ausgelegt und genau daran angepasst, was ihr jetzt gerade braucht. So, nun denkt ihr natürlich anfangs wirklich, ihr habt beide aus der vergangenen Beziehung gelernt. Und plötzlich scheint alles so leicht, so einfach, so perfekt. Alles, was in der Vergangenheit zu Problemen führte oder euch Unbehagen bereitete, das ist nun plötzlich alles weg. Euch wird erneut regelrecht das Hirn aus dem Schädel gelaufbompt. Doch weshalb eigentlich? Will diese Person wirklich euch als Partner zurück? Hat diese Person wirklich gelernt, was sie falsch gemacht hat? Hat diese Person wirklich Reue? Spürt diese Person wirklich das Verlangen, euch wieder an sich binden zu wollen? Naja, letzteres wahrscheinlich schon. Aber es hat natürlich wieder einen Zweck. Ganz grundlegend kann man sagen, es kommt sehr darauf an, wie die Trennung war. Es kommt darauf an, wer sich getrennt hat. Hattet ihr in der vergangenen Beziehung irgendwann die Schnauze voll von diesen toxischen Spielchen? Und habt ihr die Person verlassen, gediscardet sozusagen, dann habt ihr natürlich in dieser narzisstischen Person eine enorme narzisstische Kränkung verursacht. Demnach ist natürlich jetzt oberstes Ziel, euch wieder einzuwickeln. Ihr werdet wieder eingewickelt, ihr werdet herangezogen, ihr werdet eingesaugt, ihr werdet gelaufbompt, bis sie euch wieder am Haken haben. Denn diese Menschen müssen immer als Sieger aus einer Interaktion hervorgehen. Das heißt, wenn ihr sie damals verlassen habt, dann können die das nicht einfach auf sich sitzen lassen. Es muss euch heimgezahlt werden. Demnach glaubt diesem Schein nicht. Dieses Spiel wird genau dann vorüber sein, wenn eure Bedenken, wenn euer Misstrauen dieser Person gegenüber plötzlich verflogen ist. Wenn die Person merkt, sie hat euch wieder am Haken, dann werdet ihr vermutlich in dem Moment, wo ihr so richtig verliebt seid, dann werdet ihr genau da entsorgt, damit es euch so richtig dreckig geht. Und die narzisstische Person feiert das natürlich als Triumph. Denn ihr habt es gewagt, sie oder ihn damals zu verlassen. Das können diese Menschen nicht auf sich sitzen lassen. Diese narzisstische Kränkung, die sie potenziell in No Contact durchgemacht haben. Und ihr habt vielleicht auch insbesondere, wenn man jetzt an Social Media denkt, deswegen auch nichts von ihnen gesehen, weil sie sich komplett zurückgezogen haben, weil sie eben in einer enorm depressiven Phase gelandet sind, weil sie mit dieser Art von Ablehnung absolut nicht umgehen können. Und was gäbe es denn da Schöneres, als euch das heimzuzahlen? Wirkliche liebevolle Gefühle hatten diese Menschen sowieso nie für euch. Ihr wart ein Mittel zum Zweck. Ihr wart für eine Zeit lang gut. Und wenn sich diese Menschen plötzlich wieder bei euch melden, dann könnt ihr davon ausgehen, dass sie in der Zwischenzeit natürlich garantiert eine neue Zufuhrquelle gesucht haben, aber diese sich vielleicht selbst schon wieder entfernt hat oder nicht würdig war. Vielleicht gab sie nicht die Zufuhr, die sie gerne gehabt hätten. Geht einfach mal davon aus, dass da irgendwas schiefgelaufen ist mit einer anderen Person. Denn die melden sich nicht einfach so. So, aber was könnt ihr jetzt eigentlich tun, wenn ihr merkt, dass ihr gehuvert werdet? Ich meine ganz klar, braucht man kein Geheimnis draus machen. Meine persönliche Empfehlung wäre, diese Personen relativ schnell aus eurem Leben zu verbannen. Wenn ihr sie nicht damals schon komplett geblockt habt auf allen Kanälen, dann wäre jetzt wirklich der Zeitpunkt dafür, denn wenn ihr wieder eingewickelt seid, dann könnt ihr es potenziell nicht mehr. Dann schafft ihr es nämlich da nicht mehr so leicht raus. Deswegen schaut genau hin. Wenn ihr mit dieser Person wirklich wieder Kontakt haben wollt, trotz besseren Wissens und in der Regel auch trotz zahlreicher Warnungen aus dem Freundeskreis, die ihr in diesem Falle wirklich beherzigen solltet, dann seid in Gottes Namen vorsichtig. Hört euch genau an, was diese Personen sagen. Überprüft, ob das wirklich stimmen kann. Überprüft, ob diese plötzlichen Verhaltensänderungen, ob diese plötzlichen neuen Interessen, die zufällig mit euren Interessen übereinstimmen, ob das der Realität entsprechen kann. Und wenn euch da irgendetwas seltsam dran vorkommt, wenn euer Bauchgefühl schon wieder so ein bisschen zwickt, dann seid vorsichtig. Und lasst diese Person nicht so schnell, so nah an euch ran, dass ihr im Zweifelsfall schneller gediscardet werdet, wie ihr gucken könnt. Häufig geht es bei dem Hoovering in erster Linie auch mal erst mal darum, herauszufinden, wie denn eigentlich euer Gemütszustand ist. Wenn ihr gediscardet wurdet, wenn ihr verlassen wurdet, dann möchte die Person, die toxische Person, auch sehr, sehr gerne sehen, dass ihr leidet. Wenn ihr leidet, ist das natürlich ein Triumph für die toxische Person. Denn wenn wir jetzt mal zum letzten oder zum vorletzten Video aus der Reihe des toxischen Kreislaufs springen, da habe ich es irgendwo erwähnt. Ihr habt es wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt gewagt, die Person auf ihre Verfehlungen anzusprechen. Und das werden sie auch nicht einfach dulden. Also wenn ihr nicht beim Discard schon wirklich in Grund und Boden beschämt wurdet, dann muss es euch natürlich irgendwann im Nachhinein heimgezahlt werden. Fakt ist, und damit kann man das eigentlich unterstreichen, die toxische Person möchte immer ein Über- und Unterordnungsverhältnis. Das heißt, sie muss immer als Sieger hervorgehen. Jetzt nehmen wir mal an, ihr habt alle Ratschläge von euch selbst, von euren Freunden, von Familie und auch von Kanälen wie meinem missachtet und ihr befindet euch wieder in der erneuten Lovebombing-Phase. Quasi die fünfte Phase des toxischen Kreislaufs. Man könnte es ewig so weiterspinnen. Gebt euch nicht der Illusion hin, dass jetzt irgendetwas anders wird. Ihr habt sicher gelernt, ihr habt sicher reflektiert, aber die toxische Person, die hat nichts daraus gelernt. Toxische Menschen, insbesondere Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, die ändern sich nicht. Die lernen auch nicht aus Fehlern. Sie lernen vielleicht aus Fehlern, dass sie in Zukunft ihre Manipulation besser planen, besser ausführen. Aber sie lernen niemals wirklich aus den Fehlern. Sie kommen einfach nicht auf die Idee, dass sie selbst was falsch gemacht haben könnten. Das kommt in der Realität dieser Menschen nicht vor. Deswegen geht davon aus, dass sich bei diesen Menschen rein gar nichts geändert hat in dieser Zeit. Sie werden sich nicht hingesetzt haben und überlegt haben, was sie für Fehler gemacht haben. Nein, sie werden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, solange jemand anderen gehabt haben, versucht haben, sich eine neue Zufuhrquelle zu sichern. Sie werden versucht haben, diese Lehre, diese narzisstische Kränkung zu überspielen. Und was ist da leichter, wie sich ein neues Opfer zu suchen? Und wenn ihr jetzt in dieser erneuten Lovebombing-Phase seid, dann wird es auch eine erneute Abwertungsphase geben. Es wird dann auch einen erneuten Discard geben. Und es wird in der Regel noch schmerzhafter und noch schlimmer für euch enden, wie schon in dem ersten Zyklus. Und wenn ihr es nach dem zweiten Discard noch nicht begriffen habt, dann werdet ihr potenziell noch einen dritten, noch einen vierten Durchlauf mitmachen. Ich hatte schon Personen hier auf meinem Kanal im Coaching, die haben sieben oder mehr Kreisläufe mitgemacht, über Jahre hinweg. Ein dauerndes On und Off. Die Personen waren zum Ende hin ein Schatten ihrer selbst. Von diesen Personen war so gesehen nichts mehr übrig. Diese Personen wurden systematisch zerstört. Also wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr dieses Video vielleicht gerade hört, weil sich die toxische Person eben gerade wieder bei euch gemeldet hat, dann überlegt ganz genau, was ihr tut. Und seid euch unbedingt darüber bewusst, dass es sich niemals ändern wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne ein Like, ein Abo oder ein Kommentar da. Schreibt mir gerne auch eure Erfahrungen und eure Geschichte in die Kommentare und habt immer positive Gedanken. Bis zum nächsten Video.